Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück beim Live-Let's-Play von Project Zomboid. Folgt mir gerne mal auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal auch live dabei sein wollt. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Einmal ausschalten. Was mir aber tatsächlich mal vor einer Weile passiert ist, dass ich, also vor einer ganzen Weile, das war noch bevor ich angefangen habe mit Let's Playen, bin ich in Rosewood rumgewandert und habe mir dann in irgendeinem Haus was zu essen gemacht. Und bin, habe den Ofen angelassen, bin weggegangen. Und am nächsten Morgen wundere ich mich, dass irgendwie um meine Hütte rum, also klassisch wieder das Feuerwehrrevier, dass um meine Feuerwehrstation rum alles brennt. Also das war richtig, naja. Und dann, ja, musste ich aus der Feuerwache fliehen, weil dann war plötzlich nicht nur Tag der offenen Tür, sondern auch Tag der offenen Wände und sowas. Und dann bin ich, habe ich umsiedeln müssen. Leider Gottes, das war, glaube ich, mein längster Run. Und dann bin ich irgendwann, so, ne, dann wurde es langsam, aber sicher Herbst. Und der Strom war schon weg und so. Und dann habe ich immer am Lagerfeuer gekocht draußen. Und bin dann ein bisschen zu nah ans Feuer. Und bin verbrannt. Und das, das war so richtig doof irgendwie. Weil ich war schon so richtig schön weit. Hatte alles, was ich brauche. Die Felder haben schon die ersten Ernten abgeworfen und so weiter. Hatte schon alles da. Und am Ende habe ich einen Schritt zu weit nach vorne gemacht. Und konnte mich am Wasser, ich, direkt nebendran war so ein Wasserfass. Und das konnte ich aber nicht mehr, äh, nicht mehr nutzen zum Löschen. Ich weiß auch nicht, warum. Dann bin ich an das Wasserfass hingerannt und dachte, ja, okay, ne, easy. Dann springe ich einfach rein und dann bin ich gelöscht. Und dann gab es ja keine Option zum Löschen, sondern nur zum sich Waschen. Und dann stand er da brennend. Und dann stand er da und hat so angefangen, so eine, so eine Wangen irgendwie so ein bisschen abzumassieren. Und ist dann gestorben. Oh, und dann habe ich die Staffel, äh, die Staffel, sage ich schon, ähm, den Run aufgehört. Und hatte aber keinen Bock mit, mit Project Zomboid aufzuhören. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, wenn ich noch Bock habe, oh, warte, das versuchen wir nochmal. Wenn ich schon Bock habe auf Project Zomboid und sowieso schon davor länger Bock hatte, mal mit Let's Plays anzufangen, dann mache ich nochmal, nochmal einen Run, aber dann halt mit Let's Play nebenher. Ja, und, äh, das hatte ich dann irgendwie nicht mehr nur bei diesem Spiel. So. Ich finde es sehr sympathisch, dass hier alle Häuser einen Kamin haben. Das wird für den kommenden Winter sehr, sehr gut. Okay, irgendwo ist hier einer. So, hier haben wir, oh, Wenzin-Kanister. Ich nehme mal, ich nehme mal zwei mit. Alle drei erstmal nicht, aber dass wir auf jeden Fall schon mal zwei auf Vorrat haben. Oh, komm. So. Du bleibst im Bad, bitte, ne? Die Party läuft noch. Ich habe dich nicht umsonst ins Bad eingeschlossen. Ne? Du sollst unsere Gäste nicht stören. Meine Güte. Undankbarer Kerl hier. Also wirklich. Lässt ihn dir einziehen. Gib ihm ein Badezimmer. So, hier haben wir noch einen Faden. Den würde ich gerne mitnehmen. Ja, Zigaretten brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kann man eigentlich zum Raucher werden in dem Spiel? Also, dass wenn man kein Raucher war, dann regelmäßig raucht, dass man dann doch zum Raucher, äh, trotzdem zum Raucher wird, deswegen. Das geht. Ah ja, okay, krass. Haben sie mitgedacht. Aber man kann sich nicht wieder entwöhnen, glaube ich, gell? Meine ich mal gelesen zu haben, dass man den Rauchertrade nicht wieder loswerden kann, wenn man lang genug da nicht raucht. Oh, Kaffee. Sehr gut. Ganz wichtig. Bisschen Marmelade. Hier haben wir einen Cracker. Dose mit Hafer. Nehmen wir alles mal mit. Ah, okay, doch. Ja gut, aber wahrscheinlich geht die Entwöhnung halt einfach sehr, sehr lange, ne? Und dann kriegst du ja immer deine Angstzustände, beziehungsweise deine Panik, nicht Panik, ähm. Na, die Zustände, ne? Einfach die, die, ähm, ein bisschen, dass du unruhig wirst und so weiter, wenn du dann nicht geraucht hast. So. Ich packe hier wieder alles voll. Essen haben wir dann auf jeden Fall erstmal genug. Die ganzen Dosen nehme ich mit und dann gucke ich mal oben, ob es da noch irgendwas Spannenderes hat. Und dann ist, sollte, glaube ich, unser nächstes Ziel sollte dann erstmal ein Auto sein, dass wir ein bisschen schneller durch die Gegend kommen. Was hältst du von Zombiet Roleplay? Ähm, habe ich selbst noch nicht gemacht. Ist aber, glaube ich, cool. Na, also das, ähm, bietet ja eine gute, gute Grundlage. Und ich glaube, wenn man einen gescheiten Server hat, Ja, den Code, weinen lassen wir da. Wenn man einen gescheiten Server hat, äh, wo auch genug Leute drauf sind, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr cool. Ich habe nur von einem Server gehört, äh, es war aber ein amerikanischer Server. Da hat der, oh, ich muss gleich, ähm, muss gleich wieder fernsehen. Wir haben ja keinen Fernseher. Warte mal, ich gehe mal, ich gehe mal kurz, ähm, kurz ins Nachbarhaus, dass wir fernsehen können. Nicht, dass wir die, dass wir schon wieder die Tischlerei-Folge verpassen. Ähm, auf so einem amerikanischen Server haben die das mal gemacht. Bei, bei Mr. Atomic Duck heißt der. Der ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, der hat auch viele so Tipps, Videos. Der hält auch immer auf dem Laufenden über die, ähm, über die, äh, Updates, ne? Also über Bild 42. Ist der an? Der ist an. Ähm, über Bild 42 hat er immer wieder Updates. Und, äh, der hat, war mal auf dem Server, äh, da haben die, äh, sämtlichen Respawn ausgemacht. Auch von allen, ähm, ähm, Loot-Sachen und so weiter, ne? Dass halt die Leute wirklich aufs Handeln angewiesen waren. Das war tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Und hat sich dann halt wirklich dahingehend entwickelt, dass er halt dann, toll, wir haben hier nichts zum Lesen. Ähm, super. Ich hab gedacht, wir können, wobei, hier vielleicht noch, war, ne? Auch nicht. Ah, ja, kochen, aber Band 1 brauchen wir da nicht mehr. Egal, dann warten wir so. Ähm, und dann haben sich halt wirklich so kleine Kommunen gebildet, die dann miteinander gehandelt haben und so weiter, weil du musstest ja handeln, um, um, ähm, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben, ne? Anders bist du ja nicht an irgendwelche Sachen gekommen und so was. Ähm, das muss tatsächlich ziemlich cool sein. Auch sonst bietet es sich natürlich schon an für Rollenspielen. Als Community-Projekt, vielleicht mal eine Zeit lang, aber ich würde, glaube ich, auf dem Server würde ich das dann, äh, tatsächlich so, so ein bisschen mal mischen, ne? Also ich würde dann immer mal wieder so neue Phasen machen, wo man dann mal sagt, okay, vielleicht einmal gibt es eine Basenbau-Challenge und dann hat man irgendwie zwei Wochen Zeit, eine Basis zu bauen, ähm, und dann vielleicht mal irgendwie ein paar Wochen mit Sprintern und so weiter, ein paar Wochen im Winter vielleicht mal und so, ähm, ähm, dass wir solche, solche Sachen dann machen auf dem Community-Server. Ähm, aber da können wir natürlich, also kann man natürlich auch mal über ein, über ein RP-Projekt nachdenken. Warum nicht? Ah, die Folge ist schon vorbei. So eine Gruppe, die gemeinsam sich organisieren müssen, dann überleben. Genau, das ist ja, also gibt es schon viel, viel Möglichkeiten, muss man sagen, wie man das auch RP-technisch noch ein bisschen ausnehmen kann, in Anführungsstrichen, das Spiel. Da gibt es ja auch so, ähm, so ein Szenario, das man runterladen kann, wo man dann irgendwie mit, ich glaube, drei bis sechs Leuten spielen kann. Ähm, da ist man quasi ein Polizist ganz zu Beginn der, 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 ähm, des Ausbruches und sowas. Da muss man ins Krankenhaus fahren und dann im Krankenhaus die Leute irgendwie, ähm, retten und so, ne? Und, ähm, überall, dann kommen immer krassere Meldungen und immer mehr Zombies auf den Straßen und so. Und man fährt halt die ganze Zeit in Streifenwegen rum und voll bewaffnet und weiß natürlich theoretisch noch nicht, was abgeht und so. Also gibt es schon viele coole Möglichkeiten, was man da machen kann. Guck mal, der hat einen Halfter, sehr gut. Den ziehe ich direkt an. Ich muss da auch selbst nochmal ein bisschen gucken, ob ich nochmal ein paar Szenarien rauskame. Weil so momentan bin ich wieder so voll drin irgendwie, also habe ich wieder voll Lust auf den Zomboid. Ist ja auch ein cooles Spiel, ne? Also trotz der Grafik, muss ich sagen, ist es, glaube ich, immer noch das, das beste Zombie-Survival-Spiel, das ich kenne. Äh, und sogar, ich würde sogar für, für, für mich subjektiv, würde ich sogar, ähm, vor Scum positionieren als bestes Survival-Spiel, das ich kenne. Einfach deswegen, weil halt, ähm, es, es ist nicht ganz so krass repetitiv wie Scum. Weil bei Scum hast du irgendwann nur noch extrem starke Gegner oder sonst nichts mehr zu tun, ne? Ähm, das fand ich dann bei Scum mit der Zeit ein bisschen lästig. Aber, naja, hättest du drauf Lust, äh, worauf genau meinst du jetzt? Auf, 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 auf Community-RP oder, oder auf Szenarien oder, oder, worauf meinst du genau? Ich, ich, ich weiß gerade nicht, was ich alles gesagt habe. Ähm, also grundsätzlich, ja. Wie gesagt, ich, ich würde, ich würde es, ähm, würde es dann gerne so irgendwie als Community, na, kann man ja mal machen, dass man so ein, so ein Event-Abend macht, wenn man den Server dann hat mit der Community. Ähm, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich meine, ich habe ja früher auch, äh, ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt irgendwann. Ja, mit, 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 mit euch. Mit, mit der Community. Ähm, mit, äh, bei WoW habe ich das ja eine ganze Zeit gemacht, ne, ähm, dass die auf dem OP-Server war. Das war tatsächlich ganz cool. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das auch so gut kann, wenn man tatsächlich spricht und nicht halt sich immer, immer genau überlegen kann, was man jetzt gerade schreiben möchte. Aber das stellt sich dann ja heraus. Und im Zweifel, ähm, seid ihr sicher nachsichtig mit mir. Hoffe ich. So. Ich muss gleich wieder aus. Oh, oh, Gott. Ciao. Wollte nicht stören, tut mir leid. Oh, Gott. Jetzt, jetzt habe ich die ganze Zeit vor, ähm, vor, vor den, vor diesen, vor diesen Treppen, habe ich immer E gedrückt, dass er dann sagt, ja, da oben ist ein Zombie, da oben sind drei Zombies oder so. Und jetzt habe ich es vergessen. Genau, dann stehen natürlich irgendwie eine Quadrimilion, Quadrimilion, Quad, eine Quadrillionen Zombies da oben. So, reden kann ich auch schon nicht mehr. Okay. Ähm, na gut. Gut, wir haben da hinten nochmal Gated Communities. Ah, guck mal, da ist ein Schuppen. Da gehe ich jetzt noch hin auf jeden Fall, bevor wir das... Aber ich muss echt erstmal ausruhen, glaube ich. Warte mal, ich gehe mal da rüber in das Haus rein. So. Und dann erstmal kurz, erstmal kurz zur Ruhe kommen. So. Kurz Ausdauer tanken. Das waren ein paar. Was haben die da oben getrieben? Was für eine Party? Ist echt so. Da denkt man sich so, okay, die Einstellungen sind gar nicht so krass eingestellt diesmal. Ne, gerade am Anfang. Und dann plötzlich finden sich da trotzdem Truppen aus 20 Zombies zusammen. Und wir haben natürlich keine Schusswaffe dabei, ne. Wie gesagt, wir können die diesmal häufiger nutzen. Da freue ich mich ehrlich gesagt drüber. Weil ich finde das Gunplay in Project Zombies eigentlich cool. Muss ich sagen. Ich glaube, ich spume mal ein kleines bisschen vor, oder? So, gemäß. Oder wir machen ein kurzes Nickerchen. Komm, pass auf. Wir werden gerade eh müde. Ich stelle mal kurz den Wecker auf. Jetzt haben wir 14.50 Uhr. Machen wir mal 16 Uhr. So. Dann können wir mal ganz kurz ein Nickerchen machen. Dann sind wir nämlich auch gleich nicht mehr ganz so müde. Und haben Ausdauer auch wieder einigermaßen gerestort. Nicht richtig krass gerestort, aber ein bisschen wenigstens. So, vielleicht nicht mal ganz so viel rennen. Man sagt die ganze Zeit, man soll nicht so viel rennen bei dem Spiel. Das sage ich auch immer, wenn irgendwie, wenn neue Leute das Spiel spielen. Also, wenn ich mit einem Kumpel habe ich zum Beispiel neulich mal gespielt. Da habe ich gesagt, also, nicht die ganze Zeit rumsprinten. Das ist nicht so gut. Und dann, ja, dann habe ich letzten Endes, ähm, renne ich aber trotzdem selbst die ganze Zeit durch die Gegend. So, na. Kollege, da hat jemand meine Frisur kopieren wollen, oder? Ja, so nicht mit mir. Da ist Lizenzrecht drauf. So. Okay. Können wir aufhebeln. Vergiss nicht, wie wir die Fernseher aus. Oh ja, das müssen wir tatsächlich mal machen. Ähm, bestenfalls verpassen wir aber auch keine Serien jetzt mehr. So. Der eine Kampf hat uns das schon wieder richtig krass fertig gemacht. Dann haben wir Sägen. Sägen haben wir aber. Oh, ne Rohrzange haben wir. Ne, 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 ne Dingszange haben wir noch nicht. Einen Schraubenschlüssel. Oh, nein. Oh, der Rucksack ist schon voll. Okay. Das ging auch schnell. Na gut. Ich nehme trotzdem mit, was geht. Ein bisschen was passt ja noch rein. Hier die Schrauben. Okay, die passen nicht mehr. Was haben wir da drinnen noch? Die Schweißermaske sollten wir mitnehmen, ne? Die brauchen wir später. Und diesen Lötkolben werden wir einfinden. So, ich mache mal kurz hier den Fernseher aus. Na, da kommt nochmal jemand. Na komm. Einfach nur hinlegen. Ist doch gar nicht so anstrengend. So, okay. Beziehungsweise ich mache es anders. Ich lasse den Fernseher hier drin jetzt mal an. Und dann koche ich jetzt hier mal kurz was zu essen. Da steht ja noch ein bisschen was auf dem Tisch. Ungekocht Stielkopf mit Reis. Können wir da noch? Ich mache Reispfanne mit Mais noch. So. Und dann können wir den mal kurz kochen. Und können dann, dann trainiere ich während dem Kochen nochmal kurz ein bisschen. Und dann gucken wir hier nochmal Fernsehen, bevor wir hier den Fernseher ausmachen. Ich finde das Soundplay, also die Musik von Project Soundboard immer noch richtig, richtig cool immer. So, die jetzige ist einigermaßen spannend, sage ich mal. Aber es gibt ja auch noch diese Musikstücke, die dann halt so richtig vermitteln, wie alleine man eigentlich ist in dieser Apokalypse. Das ist ja, glaube ich, auch ein krasse. Oh, es gibt so eine Backroom-Map übrigens noch von Project Soundboard. Die wollte ich auch mal probieren. So viel Sport ist aber auch nicht gut. Zumindest nicht am Anfang meiner Meinung nach. Das stimmt. Aber wir brauchen die Regelmäßigkeit, dass wir halt einigermaßen schnell dann auch auf Fitness aufbauen. Aber deswegen mache ich immer nur so 20 Minuten Intervalle. Damit habe ich bisher relativ gute Erfahrungen, dass man da nicht so viel Muskelkater bekommt. Das wäre immer so zweimal am Tag, 20 Minuten. Dann bekommst du die Regelmäßigkeit und dadurch natürlich auch immer mehr Fitness-EP, also immer schnellere Fitness-EP. So, mal ganz kurz gucken, bevor ich die Tasche aufhebe. Na, komm. No, ausschalten. Stopp, halt. Das war schon verbrannt, oder? Durst. Ich glaube, das war schon verbrannt. Mann! Okay. Ja, Reis kochen ist halt eine Kunst. Das Reis nicht anbrennt, das ist eine Kunst. So, mal hier wieder auf den Rücken. Dann gehen wir zum Sofa und ruhen uns wieder ein bisschen aus und gucken natürlich ein bisschen live and living. Wie Bear Grylls den Mittelstrahl trinkt. Ah, fuck. Jetzt bin ich nicht... Entschuldigung, jetzt bin ich nicht im richtigen Haus. So, für uns zum Thema, ich mache hier den Fernseher aus. Dann ganz, ganz schnell zum nächsten. Das ist aber noch nicht meins. Ne, ist noch nicht meins. Komm schon, 10 Minuten haben wir noch. Vielleicht reicht es noch. Okay, jetzt sind wir richtig außer Atem. Hoffentlich folgt uns keiner. Weil kämpfen wäre jetzt nicht gut. So, der läuft noch. Ich dachte tatsächlich, dass das hier das Haus wäre, wo der Fernseher... Also, dass das andere Haus dieses hier wäre, wo der Fernseher drin steht. Aber in dem habe ich mich gehört. Auch im Obergeschoss schauen. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt tatsächlich die Häuser schnell genug abgefarmt bekommen, dass es tatsächlich Sinn macht, alle auszumachen. Weil 100 Meter sind weit, ne? So. Jetzt kann es losgehen eigentlich mal, oder? Mit dem Fernsehprogramm. Da geht es los. Ich mag das, dass die... Ich mag diese Mod, dass die auch ein Voice-Over haben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann doch nur so 50 Meter sein. Mach einfach mal die nächsten 3, 4 Häuser im Umkreis. Ja, wir gucken jetzt einfach, dass es passt, ne? Weil wir müssen ja auch in die Häuser nebendran und so dann noch. Und wenn ich dann eh schon drin bin, will ich auch looten. Um halt keinen Rucksack liegen zu lassen oder sowas. Aber wir gucken natürlich, dass... Wir machen ja sowieso erstmal die Häuser nebendran. Ups, Entschuldigung. Nebendran. Ich habe von Ofen Käse gegessen. Der liegt noch ein bisschen schwer im Magen. So. Machen ja eh erstmal die Häuser nebendran überall. Aber jetzt gehe ich erstmal für heute mal zurück. Dann kann ich die ganzen Sachen hier noch einlagern. Und dann brauchen wir langsam echt mal Ruhe. Weil das hat uns auch noch nicht so viel gebracht. Geht die Ausdauer eigentlich hoch oder runter jetzt gerade? Geht immer weiter runter. Ah Mist. Ich will auch in Ofen Käse. Also ab und zu ist es schon mal ganz geil, sind Ofen Käse. Ich verstehe auch nicht, wie in der Rojet-Werbung dann 4 Leute nebendran sitzen können. Ohne das... Da lief noch was. Ach das sind die News. Achso, okay. Ich habe mich schon gewundert, dass hier plötzlich der Fernseher an war. Aber gut. Auch nicht... Ich muss glaube ich kurz ausruhen, bevor wir weitergehen. Weil wenn ich gar nicht rennen kann, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich. So, ich setze ihn mal kurz hier hin. Und dann sprühen wir ganz... Aber ich lese dabei natürlich was. Keine Zeit verschwenden. Gerade am Anfang. So. Nahrungssuche. Weiß nicht, ob es uns das so viel bringt. Schneiderei würde ich ganz gerne ein bisschen skillen. Fallenstellen. Na komm, dann mach mal Nahrungssuche. Besser als wenn wir gar nichts lesen. Hallo. So. Und die kann ich eigentlich auch wieder anziehen. Einmal vorne und einmal hinten. Und dann erstmal kurz ein bisschen sitzen. Bisschen Füße hochlegen. Und Nahrungssuche lesen. So. Woher kommst du eigentlich? Relativ südlich im Baden-Württemberg. Weiter ins Detail würde ich ungerne gehen. So öffentlich und so. Aber relativ südlich im Baden-Württemberg. Deswegen kommt auch manchmal so ein bisschen der Dialekt durch mit Sch und sowas. Das ist aber nicht so gut. So. Wenn der hier gerade eh liest und ausruht, dann schenke ich nochmal ganz kurz T ein. Und dann können wir die Zeit ein bisschen vorspulen. Kleiner Moment. Irgendwann kommt ein versehentlicher Leak. Ich hoffe nicht. Dafür sprichst du gut Hochdeutsch. Was soll das denn heißen? Wir sprechen viele gut Hochdeutsch. Aber tatsächlich ist es so, dass ich ziemlich ohne Dialekt aufgezogen wurde. Was ich allerdings ganz gut finde. Weil es ist einfacher, auch andere Dialekte zu verstehen, glaube ich. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man halt Hochdeutsch spricht, ne? Und man versteht dich vor allem überall. Also das ist auch ganz gut. Ich bleibe tatsächlich hier im gleichen Ort. Das heißt, ich ziehe nicht, nicht weit weg. Sondern bleibe im gleichen Ort. Was ganz cool ist, ne? Dann ist der Umzug ein bisschen einfacher. Der zweite Drachenlord. Ja, auf die Geschichte gehen wir vielleicht besser nicht ein. Sag mal, restort ist überhaupt Ausdauer jetzt gerade? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Achso, weil wir total übermüdet sind. Vielleicht schlafen wir heute mal hier in dem Haus. YouTuber-Residenz. Ja, ich ziehe jetzt auf eine Yacht. Dann bin ich mein Leben lang nur noch auf Kreuzfahrt. So, die ist aus Gold, ne? Mit Diamantenarmaturen und so weiter. Ähm, da ziehe ich jetzt hin. Das, das ist genau das, was ich jetzt mache. Ne, Quatsch. Aber tatsächlich eine etwas größere Wohnung. Ähm, dass ihr auch ein, auch ein Büro habt für, ähm, für einerseits Homeoffice, andererseits aber auch, ähm, auch natürlich fürs Aufnehmen und sowas. So. Weiche raus vom Schaum. Oh, deshalb habe ich es vergessen. Aber ist, glaube ich, nicht so wild. Wir hatten ein bisschen, ein bisschen, ähm, Muskelkarte hatten wir jetzt nachts über. Das heißt, mittags trainieren ist eigentlich ganz gut. Dann hat man in der Nacht den Muskelkarte. Das geht eigentlich. So. Aber vom neuen Studio gibt es dann auf jeden Fall mal ein Foto auf, äh, auf Instagram und Discord. Dass ihr auch mal seht, wo, wo diese Kunst entsteht. Ne, aber... Aber dass man da natürlich auch mal ein bisschen, ein bisschen mit einbezieht. Aber natürlich schön mit geschlossenen Rollläden, ne? Also. Homeoffice. Ich wusste gar nicht, dass du ein Großverdiener bist. Bin ich auch nicht. Bin ich nicht. So, wir spulen wieder ein bisschen vor. Wir warten ja gerade... Warte mal. Habe ich den Fernseher ausgeschaltet? Nicht, dass das jetzt nicht läuft. Das wäre jetzt doof. So. Gerade nochmal rechtzeitig dran gedacht. Dann setzen wir uns hin. Und lese natürlich erstmal ein bisschen. Und dann spule ich mal die Zeit ein kleines bisschen vor, währenddessen. Ja, wenn du... Ja, aber wenn du dir eine Yacht leisten kannst, ja. Ich kann mir aber nur eine leisten. Das ist mein Problem. Ich hätte gerne vier. Ja. Es wird doch keine Yacht. Also, bitte nicht für bare Münze nehmen. Das war jetzt einfach nur Blödschwätzerei. Na gut. Ich gucke mal. Hat der hier noch was zu essen? Oder habe ich hier schon alles rausgelootet? Oh, komm. Frischstück war eine Dose Thunfisch. Ich glaube, das ist ganz gut. Vielleicht, vielleicht zwei sogar. Ah, nee. Der Hunger ist schon weg. Perfekt. Aber die anderen Dosen würde ich gerne mitnehmen. Die passen aber nirgends mehr rein. Das Hauptinventar vielleicht noch. Na, komm. So. Und dann haben wir auf jeden Fall mal... Warte mal. Hier sind noch Sardinen. Da haben wir auf jeden Fall mal... genug Essen. Dann können wir jetzt die nächste Zeit damit verbringen, dass wir uns ein Auto besorgen. Alles füllen. Ah, die war auch nicht befüllt. Okay. Hallo? Toll, jetzt passt die ja nicht mehr rein. Ja, dann nehme ich dir die Hand. Was hältst du von Stranded Deep? Oder The Forest 1 und 2? The Forest 2 haben wir schon mal im Stream gespielt. Schon zweimal. The Forest feiere ich sehr, muss ich sagen. Aber auch das ist ein Spiel... Erstens tue ich mich mit den Höhlen schwer, weil ich nicht so horroraffin bin. Muss ich gestehen. Aber ansonsten top Spiel. Wir haben Sons of The Forest ja auch schon eben im Stream gespielt. Und spielen das gegebenenfalls auch nochmal weiter. Allerdings ist da meine Steinhütte erst so nach und nach irgendwie fertig. Deswegen geht das noch ein bisschen. Ähm, Stranded Deep habe ich noch nicht gespielt. Ähm, hallo? Was machen Sie in meinem Haus? Könnten Sie meine Tür in Ruhe lassen? Oh, oh. Wie ist der reingekommen? Ah, hier. Oh, Mist. Okay. Ich entferne mal vorsichtshalber das verbrochene Glas. Und dann müssen wir doch relativ schnell dafür sorgen, dass hier ein bisschen Barrikaden rankommen. Aber wie kam der rein? Oder beziehungsweise warum kam der rein? Dürfte ihn doch eigentlich nichts angelockt haben. So. Na gut. Wir kümmern uns gleich, dass wir da hinten ein, zwei Bretter hinkommen. Also hinbekommen. So rum. So Käsenudeln würde ich mal hier zu den Fertigern. Fettig-Sachen packen. Dann haben wir Kartoffeln. Bisschen Fertig-Popcorn. Das kommt auch mal hier hin. Dose mit Thunfisch. Das sind noch Getränke. Hier haben wir noch Dose mit Chili. Würde ich jetzt da reinpacken. Suppe auch. Noch mehr Brause. Das ist Trinken. Das hier ist weitestgehend Trinken. Auch wenn wir es hier eher von Mordor-Toff-Shot-Cales. Cocktails natürlich benutzen. Und dann haben wir hier noch solche Sachen wie Chips. Und ein bisschen Zucker zum Backen. Und ein bisschen Marmelade. Die kommt mal hier hin. Ja gut, Kaffee ist ja am weitesten Sinn. Auch ein Getränk, ne? So. Die hier. Komm mal da rein, die Eier. Und dann haben wir, glaube ich, nichts mehr zum Kühlen. Also was gekühlt werden muss. Lass mal schauen. Wir haben noch ein paar Dosen. Oder was war das? Pilzsuppe. Die. Die schütten wir direkt weg. Und Bohnen. Und da kommen noch mal ein paar Getränke rein. Hier kommt mal der Kaffee. Und hier noch die ganzen Brausen. Und die Wasserflaschen können wir leider nicht stacken. Oh, da ist noch eine Dose. Also, dass so eine Bourbonflasche kleiner ist. Achso, das sind wahrscheinlich diese kleinen Flaschen, oder? Von Dings. Also wie so an der Kasse und sowas. Diese kleinen Unterbergflaschen und sowas. Wenn ich mich immer frage, wer sowas kauft, weil Unterberg ist halt eigentlich schon eklig. Aber egal. So, und dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Oh, Sardinen haben wir noch. Warte, warte. Na, komm. Hallo? So. Pack ich mal hier mit rein. Gut. Ein Stranded Deep ist doch auch komplett verbuggt, oder? Ja, aber das ist ja das Geile. Sehr gut. In dem Fall sind es wahrscheinlich sehr viele lustige Bugs. Dann lohnt es sich vielleicht doch mal reinzuschauen. So. Ist da eigentlich mitbekommen, was die Braunschweiger im Hannoverstadion gemacht haben? Ich glaube, sowas verfolge ich überhaupt nicht. Also, kurz gesagt, habe ich nichts mitbekommen. Ah, jetzt habe ich die Sardinen immer nicht weggepackt. So, Nahrungssuche. Uhrzeit passt noch 8.40 Uhr. Das ist noch okay. Die Sachen kommen auch erstmal übergangsweise da rein. Wobei, komm, die Dose Sardinen kann ich auch einfach gleich essen. Dann haben wir die schon mal weg. Und dann fährt die nicht einfach so im Inventar rum. Die ganzen Sitzreihen rausgerissen, da Hannover gewonnen hat. Ja, das ist vielleicht mit einer der Gründe, warum ich keinen Fußball gucke. Die Sachen war nicht so GOOD. Na es geht so gut. Wir sind ja auch nicht so schlecht. Und dann den Vergede Armedreams. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Untertitelung des ZDF, 2020